hallo liebe filmfreunde ich musste jetzt noch ganz fix mein urlaub unterbrechen wisst ihr warum ich habe es bestimmt alles schon gelesen 800 abonnenten 800 abonnenten ich werde wahnsinn 800 800 wahnsinn wahnsinn ihr seid einfach die besten abonnenten die es auf der welt gibt ohne scheiß ohne scheiß und dachte mir deswegen durch auch noch mal kurz mein urlaub unterbrechen denn es ist einfach der hammer hammer 800 abonnenten und ich bin einfach völlig begeistert davon wirklich wahnsinn begeistert begeistert das muss doch noch schnell schaffen jetzt und ja ich kann auf jeden fall versprechen nach meinem urlaub gibt es ganz viele videos von mir denn ich war beim ralfs unboxing bei mick in new wise filmuniversum und noch bei vielen weiteren sammlern und da gibt es ganz viele overview videos von diesen ganzen lieben leuten die mich hier eingeladen haben da mal ein video zu drehen und ich hoffe es gefällt euch auch die videos und es gibt noch viel mehr bei mir reviews unboxings natürlich was ihr alles von mir schon kennt und noch vieles mehr und es wird auch demnächst noch eine kleine umstellung von meinem kanal geben und da gibt es dann noch was besonderes aber da muss man ein bisschen drüber stillschweigen halten denn wer weiß aber alles so klappt wie ich mir hoffe denn deswegen müsst ihr euch gedulden bei dieser überraschung denn wenn das klappt wäre es nämlich perfekt für uns alle aber nichtsdestotrotz acht abonnenten und was heißt das für euch was heißt das richtig richtig ein gewinnspiel ja leider da ich jetzt auf rügen bin und mich noch mal kurz hierher gebeamt habe und es leider auf rügen kein wirklichen geschäft gibt wo man dvds kaufen kann muss das gewinnspiel noch etwas warten für die verlosung entschuldigung das gewinnspiel läuft heute noch an keine sorge aber der gewinn der ist noch bei uns in bayreuth und muss erst noch frisch geliefert werden ja aber was müsst ihr tun zu dem gewinnspiel ja ganz einfach das ist ganz einfach also heute mache ich euch mal wirklich richtig leicht nicht so wie beim letzten mal beim phantom kommando city book da musstet ihr wirklich euch richtig anstrengen aber diesmal mache ich euch wirklich sehr einfach also pass auf da wir jetzt zweieinhalb wochen auf rügen noch oder sind und wir erst am sechsten siebten zurückkommen habe ich beschlossen dass es keine fragen gibt aber immer so etwas tun ist klar ihr müsst natürlich bei mir abonnent sein erstes das video müsst ihr natürlich liken ist klar ihr könnt auch sehr gerne teilen ich würde mich darüber freuen wenn ihr es teilen würdet und ihr müsst nur ein was im kommentar reinschreiben warum ihr diesen preis haben möchtet tja aber was gibt es zu gewinnen ganz einfach es gibt das american sniper steelbook von müller exklusiv ich habe es nicht mal ausgedruckt es tut mir leid ich habe es halt eben noch nicht da ich ja jetzt auf rügen bin aber so schaut es aus sehr geiles teil und das schenke ich demjenigen der eben aus der glück gewinn box gezogen wird der bekommt dieses steelbook geschenkt von mir und ich hoffe ihr macht alles schon zahlreich mit und der einzelne schluss von den kommentaren ist dann sozusagen denke ich mal der lass uns mal erst mal ankommen so der zehnte siebte also ich habe wirklich ganz viel zeit um das zu machen und ich hoffe ihr macht euch zahlreich mit und wie gesagt ihr müsst diesmal wirklich nicht viel machen außer einfach reinschreiben warum ihr dieses steelbook haben möchtet von mir und dann der beste gewinnt oder na der beste na der beste ist es nicht der beste das wäre schlecht weil dann müsste ja eins auch sowas an mir am besten gefällt nein natürlich das glück entscheidet für euch wer der glücklicher gewinner ist ja und in diesem Sinne wünsche euch viel spaß auf meinen weiteren kanal und auf alles was auch kommen wird und ich gehe jetzt zurück zum strand und ziehe meine bikinihose an ja auf jeden fall noch viel spaß noch bei mir leider ist die karte bei der emma die musste ja kein einmal zurückgebeamt werden sondern nur ich und deswegen naja wir werden sehen auf jeden fall viel spaß noch auf meinem kanal ciao ciao tschüss piep tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020